So, willkommen zum nächsten Minecraft-LP. Heute ist noch Mr. Ploppy dabei, oder wie soll ich dich jetzt im LP nennen? Ja, Leo. Okay, gut. Da ist eben der Leo dabei. Beim letzten Mal waren wir noch Neta. Ich wollte einfach noch kurz zwei Pigments einfangen für den Autospauner. Wobei, jetzt müssten wir mich erstmal kurz noch mal Energie besorgen, weil wir haben nämlich nichts mehr. Oh, da ist aber viel drin. Ja, läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir kurz, vielleicht reicht der Strom mal jetzt schon. Oh, da unten neben einem Kabel stehen Hühner. Ja, macht nichts. Hätte ich unisolated Kables nehmen müssen. Leute, den anderen Post schicken wir mal da unten. Ah ja, er lehrt sich auf. Super. Hast du einen für mich? Mhm. Hier unten. Wo unten? Äh, unten, unten. Im Keller praktisch. Ah, okay. Ah ja, da. Ich sehe ihn. Wow, also mit Strom geht es aber echt schnell. Das lädt sich relativ schnell auf. Echt? Ich spiele auch nur 20K. Oh, das geht aber echt schnell. Krass. Ja, kann auch noch nehmen bei meinem Chatpack. Wirst du das nicht dauerhaft laufen? Ja, weil wenn eine MSU voll ist und so, dann ist es wieder ein bisschen blöd. Und zum anderen, ähm, ja, wenn die Dinger halt sind, die Dinger halt gehen halt relativ schnell leer, die, ähm, Oranium-Dings. Genau. Hast du eigentlich schon mal eine Quarry laufen lassen? Mhm, da oben. Da hab ich dann auch einen Autospawner reingebaut. Also den Autospawner. Hier, guck mal. Hier oben. Mhm. Und, ja, allerdings mit einem minimalen Fail. Und zwar spawnen 50% der Slime. Unter dem Ding. Ah ja, das hab ich gesehen. Und, du hörst es ja? Man hört es ja. Epic fail. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz, äh, ins, ähm, Ding rein. Neta. Ja. Du weißt, wie man es reinkommt, oder? Ähm, ja, weiß ich. Okay. Boom. Also die Mobs sind jetzt nicht aggro und so, und, äh, auch wenn du was abbaust, werden ich nicht aggro. Ja, das ist... Spawn hier ist ja eh so lustig, äh, das ist mitten irgendwo unter der Höhe, also in der Höhe, ja. Mhm. So. Warte mal, ich brauch mal vielleicht irgendwas zum Abhacken, oder... Wo, was wolltest du jetzt, das willst du jetzt genau hier machen? Ich will eigentlich nur kurz, äh, zwei Slime, äh, zwei Pigments holen. Für den, äh, Autospauner. Hast du ja, ja. Hier. Ja, bisschen komisch. Ah, und ich hab das mit dem Feuer immer noch nicht hingekriegt. Mit den... ...Patchel hier in Flamme, ne? Ja, 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 ja. Hast du erzählt? Auch falsch. Also ich habe jetzt die Pigments-Ex noch mal den Spawn erhöht, aber... ...schaut nicht unbedingt nach vielen Pigments aus, bisher. Das Chatwerk macht mir hier gar keine Geräusche. Strange. Okay, ähm... Hm. Ich finde keine Mobs. Nein. Kannst du vielleicht mal in eine andere Richtung fliegen, oder so, und mal schauen, ob du welche findest, und dann gebe ich es dir einfach in die andere Pouch. Die Safari-Netz. Ja, kleinen Moment. Ich will nur ganz gerne schnell was machen. Ja, ja. Sind das... ...und das Dias? Das Dias würde ich schon mitnehmen, ne? Also... Na ja, nein, nicht so. Soll das halt rumwürdet. Warum auch, ne? Ja, eben. Dias, hä? Brauchst du keinen Schwein. Wer braucht denn das? Eh, wer braucht Dias. Ich dachte mir, ich kann mich nicht mehr schnell laufen. Oh, Gast. Ich habe Angst. Die sind leider schon ankommen. Ja. Hm. Mir scheint mal wieder umnähter die Sonne. Druck, okay. Vor allem irgendwie ist die Sonne hier heller als das Lava. Das ist irgendwie bloß ein Stranger. Na ja. Na ja, komm. Es wird hier irgendwo mal Pigments geben. Das gibt's doch nicht. Eigentlich habe ich jetzt das Spawn auf die normale Anzahl wieder erhöht, glaube ich. Okay, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, aber ich habe es mal wieder auf 4 gestellt, was jetzt glaube ich Standard ist. Aber ich finde keine Pigments. Ja. Hm. Kein einziger Pigments, nirgends. Das gibt's doch nicht. Oh, ja. Puh. Kommt mir da. Äh, ich baue mal ein bisschen Gold ab. Ja, mach ich auch. Bits hat gebraucht, äh, du weißt du, wo du's findest. Ich hab's mir geholt, eine. Genau. Hier war sogar Closedown. Hm, ich glaub, das war, warum ich hab. Brauchst du Closedown? Äh, ja, gut, Closedown braucht man immer. Weil wenn du welchen brauchst, dann... Oh, fuck. Brenne. Nein, nein. Mach bitte nicht, einen auf Janusz. Ja, äh, tut mir leid. Hör doch auf zu brennen, du dummer Pisser. Ah, jetzt endlich. Ah, hier ist ein Pigment übrigens. Ah, ich geb's dir, warte. Äh, ein, zwei. Zwei. Ich geb's dir beide. Okay, Moment. Fangen beide ein, ne? Also einfach echt schlicken einmal. Ja, ja. Hallo. Hallo, ihr zwei. Oh. Ich hab beide, yay. Okay, super. Kannst du euch sie einfach wieder in die Ender-Pouch reinlegen? Ja, genau. Dann können wir euch schon mal zurück. Ja, ich hol nur noch ein bisschen Closedown hier, den ich jetzt hier gefunden hab. Ja, genau. Ist immer gut. So, und eigentlich müssten wir streng genommen dann Quarz farmen. Aber ich hab irgendwie... Können wir ja machen, also macht mir nichts wirklich. Ist nur nicht so wirklich meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, farmen ist ein bisschen boring, gell? Naja, es geht eigentlich aber. Also bei mir ist immer so... Einerseits, wenn es alles farmen ist, dann... Ja. Bei mir ist immer so, wenn ich irgendwas Besonderes farmen will, dann find ich immer irgendwas und dann farm ich doch immer wieder alles. Hm. Kennst du das? Ja, gleich. Wenn ich so... Oh ja, ich muss jetzt Dias farmen, so... Oh, ja, das kann ich auch brauchen. Oh ja, das auch. Und dann brauchst du eine halbe Stunde und hast noch nichts gefunden, weil du... Und dann ist dein Inventar wieder voll. Ja, genau. Stimmt. So hässlich. Das gehen wir aber auch meistens so. Boah, ist ganz geil, was da rumliegt. So viel Gold, überall Gold. Ist echt geil. Kann man ja mal brauchen. Ja, sind Dias. Ich glaube, ich hab jetzt fast schon 1K Gold oder so, hier in der LP-Welt. Ja, läuft. Jo. So viel brauche ich im Moment gerade nicht mehr. Ich wollte mich mal so einen Shop bauen. Oh, Closed Down. Closed Down auf dem Boden. Oh, auf dem Boden ist nicht schlecht. Oh, geil. Und wie viele das fallen ist. Richtig nice. Oh, ich glaube, das ist fast ein Stack Closed Down. Ja, ich hab auch schon ein Stack. Ja, ich mein's. Ja, gut, das ist sowieso. Das ist ein bisschen mehr sogar. Achso, ein Stack Closed Down. Closed Down. Mhm. Ja, das ist nicht schlecht. Ich hab jetzt nur ein Stack Closed Down. Das ist nicht schlecht. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube... Also mit den anderen könnten es hinkommen. Und ich denke mal, das war jetzt auch schon ein Dreiviertel Closed Down. Äh, ein Dreiviertel Closed Down Stack. So, schauen wir mal kurz. Weißt du, bei mir hier ist es nicht mal ein Mob in der Nähe, aber... Und... Und... Mal schon wieder Closed Down, äh, das... äh, Closed Down Last, sag ich schon. Äh, Closed Down, äh, Richtung Boden. Boden mehr. Nah am Boden. Whatever. Oh, hier ist ganz viel Gold. Oh, ja, Gold ist geil. Glaube ich zumindest, dass es Gold ist. Oh, es ist Copper. Hab ich mich irgendwie... Es sieht genau aus wie Gold, aber... Hm. Komisch. Okay, jetzt habe ich... Gut, 3 Stacks. Ja, ich glaube, das reicht. Wo muss ich auch hin? Oh, shit. Wo muss ich hin? Ah, ich bin in die falsche Richtung geflogen. GG. 300 Meter. Ja, da reicht. Du musst zum Waypoint-Nether-Portal, oder? Mhm. Gut. Woher weißt du das? Weil der hier irgendwie auch ist, aber der ist hier in der Luft. Okay, das ist wohl dann doch nicht der. Okay. Ah, wahrscheinlich erst in der anderen Welt. Naja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Äh, ja, ich, ähm... Ich stege gleich mal ein Buch rein, äh, in die Ender-Poach. Wenn ich zurück bin. Oh, ja, das wäre nett. Sonst bin ich hier nicht mehr raus. Hm. So, und jetzt hat es mir noch. Oh, das hier ist Gold. Ja, das ist Gold. Hm, cool. Ja, das ist Gold. So. Mich nervt so, Nether. Du siehst zwar den Waypoint, aber du musst, ähm... Irgendwo runter, ne? Ja, du musst irgendwie, keine Ahnung, mal runter, wieder hoch, dann wieder... äh, keine Ahnung, wieder tausend Birken ausweichen, die im Weg sind. Jetzt kannst du nicht einfach so straight on mittendurch gehen, sondern... Ja, das ist schon ein bisschen lecker, ey. So, jetzt bin ich da. Also zumindest schon mal ein Waypoint. Ups. Nebenbei rutscht mir das Herz ist vom Kopf. So. So. Nebenbei rutscht mir das Herz ist vom Kopf runter. Ups. Ne, ups. So. Hast du im Lagersystem was zu essen? Mhm, genug. Was gibt es denn da so? Äh, Fisch. 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 Oh ja, ne ganze Menge. Gut Fisch und Raw Fisch. Mhm. Mhm. Ich empfiehle Raw... Raw Fisch. Ne, Spaß. 10 Stück. Ah, sind sie... Das sind schon wieder Maschinen rumstehen. Wie schnell es jetzt eigentlich ging, in der kurzen Zeit. Was wird mit Maschinen rum? Ich hab nicht zugehört. Nein, wie viele Maschinen das jetzt hier schon wieder rumstehen in der kurzen Zeit. Also wir kamen die Zeit irgendwie sowieso extrem kurz vor. So im Gegensatz, keine Ahnung, irgendwie die neue LP-Wert gestartet. Buch ist drin. Ähm, dann... Irgendwie... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, hattest du davor schon mal ein anderes, oder wie? Ja, ich hatte sogar schon mal drei andere oder so, glaub ich. Also insgesamt, wenn ich das jetzt irgendwie gleich im Einkaufsfeld hätte, glaub ich, wär's schon bei... Ich weiß nicht, 400, 500 Folgen. Achso, du hast jedes Mal neu angefangen, oder wie? Ja, einmal war ich bei... Also hast du in der Welt schon 150 Folgen? Ja. Ah, okay. Und dann alte Welt hatte ich mal 170 Parts. Warum hast du immer wieder aufgehört? Ja, entweder ich hab's irgendwie total verkackt. Äh, hab irgendwie Mods installiert, die dann nicht funktioniert haben. Oder irgendwie Minecraft gecrasht haben, ohne Backup zu machen. Oder einmal hab ich aus dem Szenen die Welt gelöscht und... Also halt irgendwie so extremste, äh, Anfängerfehler halt gemacht. Ja. Ja. Aber seitdem hab ich jetzt draus gelernt und, ähm... Hab jetzt extra auf meine, äh, Let's Play-Versplatte drauf gehauen. Mach alle zehn Folgen in Backup. Und bevor ich aufnehme, mach ich auch mein Backup. Also... Okay. Falls... Kann nichts mehr passieren. Ja. Und läuft ja bis jetzt ganz gut, ne? Ja, also jetzt passiert eigentlich auch nichts mehr. Das... Sollte nicht. So... Jetzt schauen wir kurz... Bist du schon wieder da? Kannst du mir mal so ein Linking-Book... Hab ich schon, hab ich schon. Ach, hast du schon? Ja, ganz kurz, ich tu mir noch schnell die Erze abformen und dann... Jetzt ging's dir doch zu schnell. Hä? Jetzt ging's dir doch zu schnell mit nem Buch. Jetzt ging's dir doch zu schnell mit nem Buch. Hä? So... Boah, die ganzen, die ganzen Töne, die ganzen... Das ganze geklappert, das ist irgendwie extrem strange. Ja, das ist voll nervig. Hast du die... Safari-Netze rausgenommen? Mhm, hab ich schon. Ah, gut. Okay. Ähm... Schon wieder Unbreaking 3, das gibt's echt nicht. Ist unmöglich. Hast du schon wieder 30 Level gehabt? Ach so, das war... Äh, ein Schalter. Ah, okay. Ja, das ist, der sammelt dann die XP, oder wie? Von den Piechern? Äh, naja, nicht die XP, sondern die Modessenz. Ah, okay. Und die wird dann zum Teil noch drauf. Ich glaube, wenn ich hier gerade unten stehe und so, und die Slime sind praktisch eine Wand über mir, oder eine Decke über mir, und was... Ich regne jetzt, äh, diese coolen Slime-Dinger, die durch die Wand fallen. Das ist extrem. Aber es lag, es lag nicht mehr. Ich hab 30 FPS. Ja, geht. Ja, ich will unbedingt mal einen gescheiten PC haben, wo man... Wo ich dann auch mit Shaders und so eines... Ja, aber Shaders und bloß Ticket, das ist richtig hart. Das ist hardcore. Ja, das ist schon hart. Vor allem, wenn du irgendwas brauchst, also, äh... Irgendwas, was ein bisschen mehr Leistung braucht, dann kannst du vergessen. Äh, einfach rechtsklick auf das Buch, gell? Rechts- und linksklick. Das ist bisschen strange. Ah. Hä? Dann öffne ich nur das Buch. Ah. Ja, genau. Wow. Stranger Ton. Ja. Dann legen wir uns mal kurz schlafen. Ich glaube ein. Ist es nacht? Ja. Loll, bei mir ist es nicht nacht. What the fuck? Ey, bei mir geht grad die Sonne auf. Die Sonne geht auf? Oder? Ja. Äh, ne, bei mir ist es... Guck mal, in die Richtung guck... Wenn du in die Richtung guckst, in die ich auch guck... Ah ja, du bist grad da drin, oder? Ah, jetzt? Hä? Jetzt auf einmal nacht. Hä? 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 Ah, fuck. Nein! Fuck! Hä? Hä? Ich saue jetzt. Leid genug. Äh, es sind schon über 16 Minuten. Und ich würd sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten RP. Danke.